Einen wunderschönen guten Tag mal eben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mage Seeker, A LEGO Legend Story. Wir müssen mit unserem Trankmeister reden gehen, den wir mitgenommen haben gestern. Ist hier Aiden. Hast du noch die Flasche, die ich dir bei unserer Rettung im Wald gab? Ah, sie ist noch heil. Ich kann sie aber noch ein wenig verbessern. Oh, das wäre nice. Aiden kann Silas Rangflasche verbessern, indem er gegen Ressourcen deren Heilung und Ladungen erhöht. Silas kann auch Verstärkungen freischalten. Die meisten davon erhöhen Silas Werte, darunter maximal, ja, ja, das weiß ich. Okay, für 600 kann ich mich um 40 heilen. Insgesamt 1600 kann ich mich um plus 10 heilen und eine Ladung mehr machen. Dann machen wir das. Das ist in Ordnung. Sehr gut. Und den Rest brauche ich wahrscheinlich eher nicht. Ja, 2400 kostet es. Ähm, ja, geht zum Kriegstisch. Gute Nachrichten, Silas. Es dauerte die ganze Nacht, aber GDN hat wohl das Labor gefunden. In der großen Stadt gibt es einen Bereich im Untergrund, der auf keinen Karten verzeichnet ist. Es sind leere Bereiche, aber die Späher sehen dort Magiesuchende ein- und ausgehen. Durch die Kanalisation können wir uns in die Stadt schleichen. Im Wald ist ein Eingang. Das wurde nie abgesichert? Killen hat meine Spuren gut verwischt. Wir infiltrieren die Stadt als nächstes. Bereite dich gut vor, Silas. Das wird nicht leicht. Ja, das ist okay. Hauptsache der Hespers geht drauf. Aber wir gehen wahrscheinlich zuerst in eine Nebenmission. Du willst auf eine Mission gehen? Mach das. Rekrutierungsauftrag. Ähm. Schicken wir mal den Eismagier und 100 bis 600. Ähm. Schicken dann gehen wir mal rein da. Was willst du, Jobs? Ja, ja. Einige Magier gefunden. Blablabla. Warum haben die nicht einfach Poppy gemacht? Passt wahrscheinlich von der Lore her nicht. Die Späher haben weitere Hinweise auf Magier im Wald gefunden. Suche sie zusammen mit Jobs. Vielleicht brauchen sie deine Hilfe. Ja, let's go. Alles. Lass Vorsicht walten. Okay. Ja, ja, ja. Ich kill einfach jeden, der mir in den Weg kommt. Na hopp. Ja, man. Ja, gut. Äh. Uh, das wollte ich nicht. Aber okay. Okay. Easy. Nein, da kommen wieder diese anderen Dinger da. Aber das Feuerteil habe ich noch nicht gefunden gehabt. Beziehungsweise noch nicht geklaut gehabt. So. Ja. Ach du Scheiße. Na komm. Sag mal. Jetzt geh doch drauf hier. Das Ding ist auch kaputt. Okay. Hoppala. Blauen und ein Schild machen. Da. Oh yeah. Okay. Die Dinger sollten jetzt dann nächstens auf mich zukommen. Na komm. Erstmal die kleinen hier erledigen. Bitte. Oh fuck. Ich treffe nicht. Das ist bedauerlich. Jetzt aber. Na los. Ach du mit deinen blöden Blitzen. Na los. Nur noch ein bisschen. Easy. Easy. Jetzt können wir weitergehen. Nächste Stufe. Die verhüllte Herren. Zylus. Du hast irgendwas gesehen. Okay. Schleim und Ratten hast sie. Wenn sie. Ja. Also da fallen mir direkt zwei Charaktere ein. Schleim ist Zack. Ratte. Twitch. Oh hey. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Geh mal. Komm. Ah shit. Ähm. Mach mal den hier. Okay. Okay. Komm mal so. Das ist nice. Heil dich mal. Warum kann ich da nichts mitnehmen. Na los. Na los. Das war jetzt. Ja doch. Es war eigentlich nicht so schlecht. Ah. Ich hab das Ding nicht getroffen. Perfekt. Machen wir halt so. Und jetzt müsste es alle erledigen oder? Genau. Machen wir die zweite Welle. Easy peasy. Oh shit. Ähm. Was mache ich damit? Was für Immun. Das geht. Das ist gut. Lass den einfach nicht einen weiteren Angriff machen. Danke. Ah. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Treffen sollte man dann halt schon. Ah shit. Ähm. Ja. Na los. Noch ein bisschen. Danke. Die haben wir auch schön getroffen. Gut. Weg da. Machen wir den hier. Weil das trifft es den Kollegen da auch in der Luft. Obala. Ja. Scheiße. Ähm. Ja. War jetzt nicht so gut. Noch einfach ein bisschen Magie. Äh. Beziehungsweise Mana. Um. Den zu erledigen. Mach du da deinen Scheiß. Ist okay. Mach mal hier. Frost. Das ist so blöd. Wenn das Zeugs Ziel suchen ist. Haar. Nervig. Ja. Heil dich nochmal. Okay. Da drüben ist nochmal was. Guck mal. Ja. Fuck. Und jetzt kann ich nicht draufhauen. Haar. Jetzt aber. Ah shit. Okay. So. Und jetzt ist die blöde Rüstung weg. Na komm. Mal den hier. Easy. Ja. 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 Du bist ein. Ja. Die Konversation bei Namequests ist mir egal. Sind wir fertig oder? Tatsächlich. Okay. Warte mal. Karak kann ich doch. Nee. Dachte der. Oh. Ich hab schon wieder 1400 Vorräte. Ah hier. Guck mal. Bestätigen. Hast du neue Ult. So. Wahrscheinlich die Ult von Lux. Genau. Silas feuert einen Lichtstrahl der allen gegen einer Linie Schaden zufügt. Das ist nice. Das ist sehr sehr nice. Finde mehr Rekruten für Alara. Okay. Was kann ich bei dir machen? Zauber herstellen. Eisiger Sturm. Das ist ein cooler Zauber. Tatsächlich. Kostet zwei Mana. Gut. Hier ist nichts Neues. Der Wirbel wäre neu. Brauche ich aber nicht. Kurze Lunte. Brauche ich auch nicht. Und das ist mir egal. Bei den Ults ist ähm Ne. Kann ich nicht mehr machen. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Vielleicht hat er in der Schmiede was. Den vierten Zauber. Sehr nice. Ihr Zauber freigeschaltet. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Die sind mit ihren Aufträgen fertig. Du hast neun Rekruten. Du hast 566 Vorräte. Okay. Und du hast auch einen Rekruten gefunden. Tja dann. Kann ich bei dir noch irgendwas machen? Ne. Es kostet beides 2400. Okay. Die nächste Quest wäre dann Große Stadt von Demacia oder hier 3 Rekruten. Dann schicken wir den Donner Magier. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich speichere doch noch schnell. Gucken wie weit der Fortschritt ist. 56%. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.